Wenn ich mal Fragen, Texte mache, haben mir gedacht, jetzt nehmen wir mal den allerersten her, den ich da jemals gemacht habe, ich glaube, das war 2009. Wissen Sie, dass es Texte gibt, die nur als Fragen bestehen? Stellt sich einer, der durten will, wirklich in einer Konditoreihe an, was kriegt man in Kurzschlusshandlungen? Ist, wer dauernd einen griechischen Schafkass frisst, ein Fetterschist? Wie schwer ist ein Autogramm? Wie hoch springt ein Kugelhupf? Wie viel Reich kann man sich beim Fetzentandler kaufen? Hat nur ein Händel von fleischhaaren Federn? Kann man mit einem Kugelschreiber auch ein Quadratzeichen? Wenn einer kraucht wie ein Kaisersämme, kriegt er dann ein Preiseln? Ist ein Wurstsalat alles eins? Wie ätherisches Urraschelkaktus? Warum ist ein Herzkasperl nie lustig? Stebt in einer leeren Disco nur der Problembär? Kann man in einer Waserl nur Mimosen einstellen? Enten die Domainnamen von der Sexseiten immer auf Org? Ist ein nögerter Gesangsverein Hardcore? Hast in einer Sechzigersteuerung ein Gleichgewicht des Schleckens? Wie viel Eierkäpf gängern in ein Quadratsschädel? Wer hängt zu ihr Handelsketten um den Hals? Hat auch ein Glatz, hat da manchmal ein Glücksstränge? Sind Ficksterne drogensüchtig? Welche Sau hat die Schweineklippe gebracht? Wird sich die Ozonschicht irgendwann einmal wirklich in Luft auflösen? Oder ist das nur Treibhaus-Effekthascherei? Kann man sich mit einer Digitalkamera ein Weltbild machen? Was für einen Ausschlag hat ein Kartentieber? Ist ein Winkelmesser immer scharf? Wie schnell rennt ein Fluchtachtl? Ist er halb Mond, halb voll oder halb leuer? Wenn du angesoffen und zuwiedert gleich bist, bist du dann auszipfert? Machst du immer gleich einen Schurch, wenn der Werft zägensteigt? Und wenn da einer zwei und vier riecht, haut dir das nicht zurück. Gibt es einem Bockhähnl Friedhof einen Ehrengräber? Soll man sich wirklich an einem jeden Pudel aufbudeln? Warum machen die Weiber und die Brüller immer so ein Geschrauer? Und wenn mein Herrgott einen guten Maus einlöst, ist man dann automatisch gegen die Gleichberechtigung? Wenn Bese malen, überall hinkommen, warum kommen sie nie zu mir? Wo war das, Domina? Wozu braucht man einen Pappenschlosser, wenn man sich selber reinschrauben kann? Das Staudenhooker anderswo für den Schrebergärten? Kann man nur in der 1er Panier alleine reißen? Was hilft einem ein Schwimmrafen, wenn man baden geht? Haben Sie auch nie inhaliert? Oder haben Sie immer gesagt, kann ein bisschen mehr sein? Stehen Wasserleuchten unter Strom? Oder lassen Sie sich eher treiben? Ärgern Sie Spechtleber, Milchglas Häuser? Wie lange darf der 1er Schmäh nur rennen, bis er einmal zur Toppingkontrollen muss? Hat jeder Häfenbruder ein Gesicht wie ein Stamm? Es wird die Burgkirche automatisch eingeteatert, kann man sich in einen Damenspitzel schneiden? Kehren zwei Straßenkehrer immer zusammen? Bis einer dann keinen Korn mit seinem Peppi hat und sich auch noch über einen Handlchfreit ein Ungustel? Und wenn der Feuerpatsch ein Funkenschlosser werden will, wer soll das brennen? Wie leicht verkühlt sich ein Rotznasen? Ist die Maßeinheit für ein zwickter Laufmeter? Soll Sie die Kölnerin Ihren Sevierhaxen ausreißen? Wer packt einen Vollkoffer? Kriegt man in der Eselsbank einen Kredit? Was macht ein Blitzkneisser bei Gewitter? Was macht ein Brünnerstrassler, wenn er seine Hausnummer vergessen hat? Darf ich in Tunesien dasselbe tun, was ich auch im Trinidad? Soll man zu jedem Lackl Pfiat Gott sagen oder dürfen wir einmal eine Bandschlosser auslassen? Und soll man eine Daumen noch in jedem Storchen greifen, wenn gerade kein Koch da ist? Hat einer, der einen Bäcker hat, immer ein Brot daheim? Wie kriegt man einen Zutelfleck sauber? Und ist ein Lärchl schaß vielleicht kein Dreck? Wie soll man einen Schwarze treffen, wenn man schon alles weiß? Und wenn mein Text raus ist, die fünf Minuten sind immer noch nicht um. Was mache ich dann? Gut, schön. Ich habe da was ganz bald ausgestorben. Der echte Werner ist ein stüller Zecher. Ich möchte sein Ruhr, kein Trara. Ich möchte reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und nicht durch irgendwelche Regeln fragen. Beim Heiligen wird ja jeder zu wissen. Dabei wird kein Gott, das gehört dazu. Nur, ums Wernerische ist kein Griss. Die Sprache wird aussterben. Wenn du das letzte Bier weggesoffen, wenn du die letzte Zigaretten wegnimmst, wenn du das letzte Bier weggesoffen, wenn du auch kein Grund, wenn du den Arsch weißt und du kannst ihn nicht kratzen. Wenn sie den letzten Impfnehmer im Leben, wenn sie das letzte ämmert mit Stachelklotflicken, Was er den Säßler wegzeigen, dass du mürt bist. Wenn dir die Olle sagt, sie hat Kopfweh, dann kennt's dir aus. Vergiss mich nicht. Kannst du mich eh vergessen? Bestimmt nicht, weil ich war grauslich zu dir. Du mich von meinen schlechten Gewissen gehst erlesen. Ja, ich weiß, mein Seelenheil ist nicht der Bier. Aber denk dran, was du gut machst dabei. Ich werde mich ändern, ich hoffe, dass ich besser werde. Wir sehen, ich mein's ehrlich, es ist vorbei. Komm, lass das ranzen, ich hab dich gern. Am Sonntag gehen wir in die Botanik, nehmen wir ein Decken mit und ein Jausen. Kannst mir glauben, es ist kein Trick. Wenn ich mit Leben bin, kann ich mich brausen. Dann machen wir ein kurzes Flaschen auf, ich schneide die Tiere, Gurkern und das Brot. In Kofferradio drehen wir ein Schnitzen auf, so erlegen wir vielleicht friedlich, das oben droht. Wacht doch wieder über jeden Schwer von mir, schauen wir wieder tief in meine traurige Augen. Daunt mir besser, es steht ja nicht dafür. Gemeinsam mit der Zukunft schauen, das steht mir dauernd. Das habe ich auch ziemlich am Anfang, habe ich das da gelesen, da da einsam. Ich sitze da, die Zigaretten in der Batten, lese in der Zeitung, nix reingesehen mussten, Denk, wie willst du den nächsten Steier dann beraten? Will nur sagen, du hast ja genug im Kosten. Da du bist nicht da, du gehst mir an. Schalt das Kassel ein, du den Computer drücken, wegst mir ein Jausen her mit einer Wurst, dazu ein Tee, ein Bildschirm, Kichtel drücken, mach mir kein mehr, denn ich hab einen Durst. Und du bist nicht da, du gehst mir an. Geh in den Garten, dort wo die Arbeit wird, nimm den Garten-Schlag, dort Blumen und Spritzen, wieder mal Äpfel runtergefallen, die sind hart, wie ich fertig bin, auf einer Chick niedersitzen. Warum bist du nicht da, du gehst mir an. Beim Kochen in der Kochen, da ist Radio auf, ja, schöne Musi, doch, für wem ich koche jetzt? Wach ein Salat, geh Öl und Essig drauf, rauch meine Aue, wart schon, dass du den Titsen rätst. Und wär's nicht da, du gehst mir an. Ich geh ins Café aus und in die Hoffenbauer, ich stelle mir dort, die wissen schon dasselbe. Du mit den anderen blöd reden, wie wann das alles war, aber wenn ich heimkomme, warte ich drauf, dass du gehst. Hörst, du bist nicht da, du gehst mir an. Danke. Das ist mir wirklich nichts. Bevor ich anfange, muss ich noch eine wichtige Durchsage machen. und zwar Wien, 21. März, 16 Grad. Wien, 21. Juni, 16 Grad. Wien, 23. September, 16 Grad. Wien, 21. Dezember, 16 Grad. Das sind vier Jahreszeiten. Danke. Der Frauentausch. Karl, warum lass'n den Kopf gar so hängen? Die Susi mag mich nimmer mehr. Na, wieso, auf einmal, saßt doch schon 15 Jahre beieinander. Schon, Franz, frühe war alles so leihwand. In der Früh hat mir die Susi das Frühstück ins Bett gebracht, hat mir die Mühe in den Kaffee reingekriegt und hat mich gefragt, ist recht so, Schatzi, kann ich noch was tun für dich? Und ich hab's zugezahlt und wir haben's gleich in der Früh miteinander getrieben. Wenn ich von der Arbeit heimgekommen bin, ist schon das kalte Bier am Tisch gestanden. Und mein Schatzi hat mir die Schuhe rausgezogen und die Hausschlafen rausgezogen. Und die Hausschlafen rausgezogen. Dann haben wir Nachtmeil gegessen und die Susi hat mir im Sportsender im Fernsehen rausgesucht. Wenn's ein interessantes Match war, dann hat die Susi mit dem Staubsaugen gewartet, bis das Match aus war. Bin ich dann später ins Schlafzimmer gegangen, ist die Susi schon nackert im Bett gelegen und hat gesagt, Mein einziger und bester Kordl, bitte, 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 nimm mich. Und gutmütig wie ich bin, hab ich gesagt. Die ganze Nacht lang. Und jetzt auf einmal ist alles ganz anders. Das Frühstück kann ich mir selber machen. Ja, sie verlangt sogar, dass ich ihr das Frühstück mach. Komm ich mir von der Haken und will mein Bier, sagt sie gleich zu mir, weißt eh, wo der Eiskasten steht. Und schau, dass man die Schuhe rauszieht, schreit's nur eine, zieh gleich die Schlafzimmer, bevor du ins Wohnzimmer gehst. Komm, schau ich mir auf, fuß beim Matchau, rennt's mit dem Staubsauger durchs Bild. Wird's fleiß. Ich darf euch nichts sagen, weil sonst heißt's gleich, na, wie war es, wenn du mal einen Staubsauger in die Hand nimmst? Im Bett ist es auch nicht mehr so wie früher. Auf einmal willst du ein Furspiel haben, mit Sondereinlage. Letztens hat's gemeint, mein Furspiel wird nur ein Nachspiel haben. Weil was ich unter einem Furspiel verstehe, ist nur ein schlechter Witz. Jetzt sag's selber, Franz, ist das nur eine Liebe? Na, was soll ich sagen? Ich hab der meinigen von Anfang auch das Frühstück ins Bett gebracht. Und die Schlappen hat mir auch keiner ausgezogen. Der Staubsauger war von Beginn an mein Gerät und mit ihr im Bett schlafen, darf ich nur, wenn sie will. Weißt was, Körl, wir machen 14 Tage lang und ein Frauentausch. Dann sieht mein Gabi, wie gut sie es hat mit mir und deine merkt gleich, dass er leibende Männer gibt. Na, bist du teppert, Franz? Willst du das damit sagen, dass ich ein Macho-Arschloch bin und du ein Woman-Näßer? Na, Körl, ich sag's aber sicher nicht. Mach mal einfach einen Partnertausch und die Frauen sollen entscheiden, wer was ist. Na, Franz, ein Partnertausch, das macht mein Susi nie. Weil eine Liebe, die schon 15 Jahre anhalt, das setzt die Susi nicht leichtfertig aus dem Spiel. Danke.